Der Narr liest Nehmen Sie Platz Von Ephraim Kishon Eines heißen Sommertages bekam mein Schwiegervater Bernhard, ein alter Zionist, der erst kurz zuvor nach Israel gekommen war, ein Empfehlungsschreiben an die städtische Wohnungsbaugesellschaft mit der Bitte, ihm eine Wohnung zu beschaffen und ihm womöglich nicht mehr zu berechnen als den üblichen Preis. Auf Wunsch meines Schwiegervaters ging ich selbst auf das Amt. Man schickte mich auf Zimmer 314 zu einem Herrn Kishwan. Zimmer 314 war leer. Im Nebenzimmer erfuhr ich, dass Herr Kishwan gerade eine Besprechung mit Herrn Stern hätte, aber jeden Augenblick zurückkommen müsste. Ich sollte so lange Platz nehmen. Ich nahm Platz. Ich saß eine Weile. Ich ging eine Weile auf und ab. Ich nahm abermals Platz. Dann öffnete sich die Tür. Ein Mann steckte den Kopf herein und fragte, »Wo ist Kishwan?« »Er ist in einer Besprechung mit Stern«, sagte ich, »nehmen Sie Platz.« Der Mann schien es eilig zu haben, denn er verschwand wortlos. Wenige Minuten später erschien ein anderer Mann, offensichtlich ein Beamter, und sah sich nervös im Zimmer um. »Seien Sie nicht nervös«, beruhigte ich ihn, »Kishwan ist in einer Besprechung mit Stern, aber er muss jeden Augenblick zurückkommen. Nehmen Sie Platz.« »Keine Zeit. Wenn Kishwan zurückkommt, bestellen Sie ihm bitte, dass Maya ihn zu einer dringenden Besprechung erwartet. Er soll sofort kommen.« »In Ordnung«, sagte ich. Eine knappe Viertelstunde war vergangen, als wieder ein Beamter hereinkam und fragte, »Wo ist Kirschner?« »Er war gerade hier«, antwortete ich. »Wenn Kishwan von Stern zurückkommt, schicke ich ihn sofort hinüber.« »Nehmen Sie Platz.« »Danke. Wissen Sie zufällig, ob er schon etwas wegen des Wohnbauprojektes Ramad Aron unternommen hat?« »Das ist sehr wahrscheinlich«, sagte ich. »Dann nehme ich die Mappe gleich mit. Wenn er nach Feintuch fragt, sagen Sie ihm, dass ich eine Besprechung mit Maya habe.« Einige Sekunden später stand Kirschner atemlos vor mir. »Wo ist die Mappe, Ramad Aron? Der Alte wird tobsüchtig, wenn sie nicht sofort auftaucht.« »Um Himmels Willen«, rief ich, »vor einer Minute hat Feintuch die Mappe zum Alten mitgenommen. Und wo ist hier Schwan? Er konferiert noch immer mit Stern. Ich warte hier auf ihn.« »Gut«, meinte Kirschner. »Wenn das so ist, dann legen Sie doch bitte den Goldbergplan in die Givat-Serien-Mappe.« »Mit Vergnügen«, sagte ich, übernahm die Papiere, suchte in den Regalen die Mappe Givat-Serien heraus und legte den Goldbergplan hinein. Kaum war das erledigt, als Feintuch ins Zimmer stürzte. »Was machen Sie denn hier?« Stieß ich unbeherrscht hervor, denn jetzt verlor ich langsam die Geduld. »Warum sind Sie noch nicht in der Besprechung? Wo doch der Alte ohnehin so schlecht gelaunt ist.« »Ich bin ja schon unterwegs. Ich wollte mir nur den Goldbergplan abholen.« »Wozu brauchen Sie gerade jetzt den Goldbergplan, Feintuch? Ich habe ihn eben erst in die Givat-Serien-Mappe gelegt. Soll ich ihn vielleicht wieder hervorkramen? Das ist doch unglaublich. Alle nutzen mich aus, und ich, Idiot, lasse mich ausnutzen.« Feintuch war sichtlich verwirrt. »Ich wollte den Goldbergplan ja nur für Meier haben,« stotterte er entschuldigend. »Was halten Sie übrigens von dem Plan?« »Hm, nicht schlecht. Aber ich wüsste gern, was der Alte dazu sagt.« Feintuch nahm den Plan an sich, um ihn an Meier weiterzugeben. Bevor er ging, sagte er mir noch, dass der Alte es sehr gerne sehe, wenn ich die Liste der Mieter des Wohnbauprojektes durchgänge und für Stern einen Bericht darüber schriebe. Ich wachte mich sofort an die Arbeit. Während ich die Liste noch überprüfte, erschien Feintuch. Ich möchte sofort zu Meier kommen. »Als ob ich vier paar Hände hätte, wie?« bemerkte ich, raffte die Akten zusammen und ging zum Alten. Meier wollte meine Meinung über die architektonischen Qualitäten des Projektes Ramad Aron hören. Ich erklärte ihm, dass die Häuser zu nahe beieinander stünden und die Fenster zu klein wären. Kirschner stammelte. »Immer dasselbe«, sagte er. »Umso schlimmer«, gab ich scharf zurück, und das sei nur ein weiterer Beweis dafür, dass es so nicht weitergehen könnte. Der Alte gab mir hundertprozentig Recht, versetzte Kirschner in eine andere Abteilung – der wird mich jetzt mit seinem Hass verfolgen, dachte ich – und erteilte mir den Auftrag, das Ramad Aron-Projekt zu übernehmen. Ich schickte sofort nach Feintuch und verlangte einen genauen Bericht innerhalb vierundzwanzig Stunden. Dann bestellte ich einen Wagen, fuhr nach Ramad Aron hinaus, führte ein ausführliches Gespräch mit dem Architekten, prüfte die Pläne und nahm ein paar kleine Verbesserungen vor. Dann fuhr ich ins Büro zurück. Dort erwartete man mich bereits aufgeregt. Kirschner, der mir meinen meteorhaften Aufstieg neidete, hatte gegen mich intrigiert. Er wurde leicht blass, als Feintuch auf mich zukam und mir mitteilte, dass Stern persönlich mich zu einer dringenden Besprechung erwachte. Ich gab Stern einen detaillierten, vertraulichen Bericht über den Stand des Projektes und sparte nicht mit kritischen Bemerkungen über das langsame Arbeitstempo. Aber Sie müssen einsehen, Stern, sagte ich abschließend, dass ich ohne die entsprechende Autorität keine Verantwortung übernehmen kann. Stern sah das ein, berief sofort eine außerordentliche Sitzung und gab bekannt, dass er mich zu seinem Vertreter ernannt hätte. Meyer machte ein paar schäbige Bemerkungen über meine relativ kurze Dienstzeit, aber Stern war an diese Intrigen gegen mich bereits gewöhnt, drückte mir zum Abschied demonstrativ die Hand und sprach mir für alle hörbar sein ganz besonderes Vertrauen aus. Als ich in mein Büro kam, um noch rasch einmal die Aktengeber-Serien durchzusehen, begegnete ich einem neuen Mann. Meyer stellte ihn mir vor. Es war Herr Cheschwan, den ich sofort mit einer wichtigen Aufgabe betraute. »Ich bin gewiss kein Pedant«, sagte ich ihm, »aber ich verlange pünktliche und gewissenhafte Arbeit. Besonderen Wert lege ich darauf, dass meine Leute während der Bürostunden, also während das Publikum Zutritt zu den Amtsräumen hat, an keinen Besprechungen teilnehmen. Es könnten sonst die merkwürdigsten Situationen entstehen.« Nachdem ich meinem Schwiegervater einen kompletten Wohnblock in Ramad Aron zugewiesen und mir einen kleinen Vorschuss auf mein Gehalt angewiesen hatte, machte ich Feierabend. Seit diesem Tag arbeite ich im Zentralbüro der Wohnbaugesellschaft. Sprechstunden täglich von 11 bis 13 Uhr, Zimmer 314. Wenn Sie mich in meinem Zimmer nicht antreffen, dann bin ich gerade in einer Besprechung. Nehmen Sie Platz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017